Ich bin ein Typ, der jetzt auch noch Musik macht, also ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders. Ja, der Ueli begann schon als ganz junger Spund mit dem Singen. Unter dem Pseudonym Jules landete er 24 Jahre jung Mitte der 80er mit I Want To sogar einen Hit in Spanien. Now what to do?